Wir melden uns aus dem Pinguine-FanTV mit Fabian Herzog von den Krefeld-Pinguinen. Denn wenn man mal im Stadion durchzählt, dann gibt es drei Kabinen. Gästekabine, Heimkabine und Fankabine. Denn das ist neu in dieser Saison, Fabian. Ihr habt hier unten im Eingangsbereich noch die Kabine. Was verbirgt sich dahinter? Was kann man da tun? Es handelt sich dabei im Grunde genommen um einen Business-Club Light für den ganz normalen Fan, der hier reinkommt, der bei uns in dem neu geschaffenen Bereich die Kabine umsonst mehr oder weniger essen und trinken kann. Da sind verschiedene stadion-typische, arena-typische Speisen dabei. Da haben wir die Currywurst, die Frikadelle, aber auch Schöpfgerichte wie Chili con carne oder ähnliches. Das Ganze gibt es dann für 89 Euro. Da drin ist auch die Eintrittskarte für PK1, also unsere beste Kategorie. Und frei essen, frei trinken, logisch. Wie eine ganz entspannte Atmosphäre. Und wer es buchen will, der findet mehr Informationen nicht nur hier bei Fabian, sondern auch unter krefeld-pinguine.de oder natürlich in der Geschäftsstelle zu den üblichen Öffnungszeiten. Wer dazu Spastrad hat, kann sich da auf jeden Fall informieren. Zur Kabine für 89 Euro mit allem Zipzapp und Feuerstein. Und gleich Drittel Nummer zwei zwischen den Pinguinen und Nürnberg. Eins zu eins steht's.